. 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 Naja. Hier oben auf ist ja nochmal richtig Licht an. Da kann ich gleich wieder zurück. Um, ... ... Nix zu entdecken. Und ich will da hin, und da hin. Okay, das Tape erzählt mir ein, 5, 4. Die Zugtypen haben den Bahnhof besetzt. Stell das paar Wachen auf. Sie sind etwa ein Dunzen, aber sie sind gut organisiert. Setze die Büro an und fahrt. Haut. Einer der Zugtypen fährt mit einem Auto herum. Bei genauerem Hinsehen scheint es Sonswagen zu sein. Er ist der Anführer des Postens in den Ruinen. Ich habe versucht, sie über Funk zu erreichen. Keine Antwort. Das ist verdächtig. Also, das ist nicht so schön. Aber oben wird jetzt reden. Sie haben ein Schatzstückstück zu halten. Ist das nervig laut. redet doch alle gleichzeitig genau ihr trefft mich hier oben anja anna hast du nicht lust da mal was zu machen hat sie anscheinend nicht ich hatte jetzt hier abgebrochen weil mich das genervt hat waffen sauber machen munition herstellen ok alles maximum gut habe ich das auch erledigt jetzt können wir mich um die da unten mit der waffe das überhaupt nichts bringt hier kein klares ziel muss ich jetzt andere aufsätze darauf machen das wäre echt uncool der visier da extra vergrößerung vergrößerung hey wieso treffe ich die nicht okay ich habe Luftgewehr wäre eine Erklärung aber dann halt doch welche irgendwie jetzt habe ich keine Munition mehr irgendwas ist immer hier mal Wandmunition mal gucken wie das wirkt okay Anglein habe ich übersehen wenn du schießt während du dich fortbewegst schießt du viel ungenauer ja das ist wohl richtig Schallgedämpfte machen machen weniger Geräusche wenn sie abgefeuert werden sind aber nicht völlig geräuschlos ich habe mal gehört wie eine Tür die zuschlägt ja 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 und Okay, vielleicht noch mal da oben. Neh mal bitte die Night Vision. Er brennt. Okay, jetzt auch. Wrennt. Not schön. Ach komm. Ich gehe in den Nahkampf, komm. Keine Lust hier rumzusnipern mit einem Gewehr, was nicht dazu geeignet ist. Stattdessen gehe ich hier in meine Munitionskiste und... ...baue noch Munitionen, ganz normale und Krieginger hier. Okay, das können wir machen, aber hier... ...hört's nix mehr an. Okay, wo geht's nochmal runter? Nein! Ja, springe ich am Geländer runter, so wie ich gehe. Wenn ich natürlich jetzt so eine Art Drachen auf dem Rücken hätte, wäre das nicht schlecht gewesen, aber... ...ich bin hier ja nicht bei anderen Spielen. Okay, du wolltest, dass ich hier bleibe. ...schne... ...hach, kann ich immer noch nicht machen. Schade! Dann war ja was. Und runter. Da. Ganz dezentlich weg. Jetzt hier runter. Wupp. Und hoffentlich im friedlicheren Gebiet hier. Na, guck mal, hier ist ne. Bitte. Bitte. Ich wünsche ich mir jetzt gerade, ich hätte hier das Licht ausgemacht. ...hast du mich. Scheiße, ich muss nachladen. Gute Ansage. Das war eine Kugel, du Dreckstau. Ich hab ihn im Visier. Scheiße! fang eine kugel du dreckst auf das misststück ist bei den festen fang eine kugel du dreckst im konzert sind wir haben glaube ich einer fehlt noch ok sieht gut aus ich kurz in deckung machen wir ein medipack und sucht dann weiter da war ich gerade im großen schiff oder ich gehe erst mal hier gucken gib mir doch nichts zurück ok ich habe zuerst mal die marke gerät maldung gekriegt ok Munition. Trotzdem hätte ich in die Mühe halt, ohne entdeckt zu werden ausgeschaltet. Den Tape. Der Leuchtturm ist still und stabliert. Das Militär in der Basis ist komplett durchgedreht und eröffnet das Feuer auf die Luft. Hört ihr das? Da sind Motoren! Na los, raus! Hilfe ist eingekommen! Ich bin schon wieder verletzt, so scheiße! Okay, ich gehe ins Auto und hau ab. Sobald ich wieder laufen kann. Lassst du mich laufen? Da habe ich mich gerade vor diesem Busch erschreckt. Alle Mann zuhören! Der Baron wird jetzt treten! Alle Mann zuhören! Der Baron wird jetzt treten! In Ordnung. Es geht um die Schlucht bei der Quelle, wo einzelne Primitive unsere Jungs angegriffen haben. Ivan, bedeutet ihr mein Wort nicht mehr als Klopapier? Es ist gut, dass die Slaven sich dort vermehrt haben, ohne dass wir einen Finger rühren mussten. Aber du hättest sie ernten müssen, bevor sie tollwütig wurden! Und was haben wir jetzt? Primitive, die die Feuergötter angreifen! Und das bedeutet Auslöschung! Absolut! Weitermachen, Leute! Der Baron hat gesprochen! Okay, ja. Dann wende ich noch mal kurz. Und gleich nach dem Sturm besser losgekommen. Und warte noch kurz ab, bis der Sturm vorbei ist. Ja, mal gucken. Ich muss irgendwie zur Munition kommen. Ich muss irgendwie zu Medipacks kommen und ich muss irgendwie schneller los, weil ich keine Lust habe zu warten. Hier ist ein schöner Lichtkegel. Ja, hey! Komm schon! Komm schon! Komm rein! Artyom, ich habe gerade Flamil in der Leitung! Nimm also Platz, ich bin gleich da! Was für ein Sturm! Und dann noch ein Sandsturm! Verdammter Heldsatz! Die Hand Jesper! Gibt's auch! Der ist da noch ab! Onkel Pacho ist da! Geh wieder schlafen! Verstanden! Glicke habt ihr raus! Liegt's auch! Ich wollt ihn ja erst was meinen! Wiederholen! revelStudium! Aufstehen! Onkel Pacho muss erst mit dem Robert sprechen! Okay, so. hast du sie gute arbeit ja ich bin verletzt schon mal damit an ich komme später dazu das sind viele die eher wie sie analysiert haben desto besser die karten haben wir jetzt müssen wir nur noch einen ausweg von hier finden und das ist der schwierige teil wir brauchen wasser für die aurora das team einige leiden bereits an dehydration und es wird immer schlimmer außerdem brauchen wir treibstoff ja ich glaube die einheimischen banditen haben das alles ich habe bereits ihren so genannten baron kontaktiert aber seine bedingungen sind inakzeptabel macht doch nix ich juhl hat uns gesagt wo es wasser gibt aber es wird natürlich gut bewacht da mir hat die stelle ausgekundschaftet und meint dass wir sie heimlich infiltrieren können habe ich erwartet also option wenn du bereit bist triffst du dich mit da mir ja das wasser zur aurora zu bringen scheitern ist keine option ja viel glück hat ja ich erzählen alle auf euch danke christ wie ist das wetter der stürmschein vorüber zu sein und hier zurück zu posten während du draußen warst habe ich noch was für das TH fertig bestellt meine werkbank steht dir zur verfügung danke jetzt habe ich auf einmal genug zeugs automatisch struktursystem und permanent luftdäne systeme der größe soll ich sagen okay wir sind definitiv nicht umsonst her gekommen du hast also einen überblick scheint so die strahlungswerte sind in farbe dargestellt wir haben hier sogar die strahlung erfasst von dann ist die karte hoffen wir dass die lage sich seitdem nicht verschlechtert war das neueste du hast freie hand unsere situation ist kritisch ein paar tage noch da können wir nicht einmal mehr eine meute wildhunde angreifen geschweige denn die banditen ja wo sollte ich das denn haben ich habe jetzt eine eigene feldflasche na dann müssen wir nur noch etwas wasser finden dann hast du deine eigene reserve und den europäischen teil des landes und karte da hinten und wie schätzt unsere lage eine abtür nicht schützt er geht so krass abgesehen davon hatten wir auch schon gäste haben sie natürlich herzlich begrüßt die bestien liefen stephan mit seinem fleischwolf direkt in die arme und das war ihr ende wir stürmten raus und sahen nur noch leichen einer der gefallenen was stephan zuerst dachte ich die misskerl hätten ihn erwischt aber er hatte nicht einmal einen kratzer abbekommen es war ein verdammter hitschlag er ruht sich jetzt unten im bahnhofsgebäude aus die übrigen sind auch nicht in guter verfassung sollten diese banditen also beschließen uns druck zu machen sind wir am arsch hier gibt es einen unten hier ist nicht ich weiß ich weiß ich weiß wie er unten weint ja ich weiß ich was ausgucken ok ich muss jetzt ich will jetzt hier unten rechts hin obwohl ich eigentlich nach oben links müsste aber wir haben ja noch ein paar tante zeit und ich möchte ja nicht einfach so hier durch waschen sondern auch ein bisschen was zum spiel werden lernt und irgendwie nervt mich die kette da können wir hier auch noch ein paar freunde machen gehen wir noch weiter oder das hier ein bisschen ist noch die beiden auch feuer ich spüre Schüsse ich spüre Schüsse und guter Punkt zum Parken schön dass der hier auf mich schießt als ob er das andere ich werde ihm jetzt noch einen Berufssuch abstatten weil die so wollen ich sehe den dreckigen Scheißer er sieht dich auch wir stecken tief in der Scheiße da ist er der Mistherl beim Waggon alter wie sie sich hier wegmachen nee stirre du was hast du schweck mir reicht ich ergeb mich endlich mal wieder einer der sich hier gibt nur die ruhe ich ergeb mich habe ich mich bekommen mach dich trotzdem kaum aber ich bringe ihn nicht um auch schon was wert das alles nur für diesen kleinen Schatz hier na gut etwas Loot und das Gebäude was da hinten ist also ich kann das nicht draus machen nö und auf zu den Erbeuden was Alia markiert hat alle Mann zuhören der Baron wird jetzt reden glaube ich ich bin auch ich bin ich bin es bin es